Big Balls von Xplode. Wir schauen jetzt einfach mal wie die so sind. Machen sie auf. Testen wir mal eine. Schauen wir die als erstes. Leg ich hin. Sollen recht heftig sein. Schauen wir mal wie sie sind. Viel Spaß. Krass. Richtig geil. Ich hab schon ein paar Zuschauer bekommen. Also noch ein Xplode. Big Ball. Alter sind die häftig. Und der letzte von den Big Balls. Richtig geil. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.